So liebe Fußballfreunde, meine Meinung von Augsburg, ich kann gerne noch weiterhin von da hingehen, von Augsburg, ich finde, dass Augsburg sehr gut gekämpft hat, ich weiß weiter so, von Augsburg, vielleicht auch Europa, und in der Champions League reinkommen, aber weit kommt euch nicht. Davon ist nicht klar genug von Spielern, aber wie vom BVB Pokal Halbfinale reinkommen, finde ich, es ist auch sehr gut, dass es gute Leute sind, aber es nicht gut genug sind, dass auch rausgeflogen wird von der Halbfinale. Zum Schluss!